Was, dann geht's los? Let's start is shit. Let's kill everybody. In the killer house. Uhhh. Uhhh. Du gehst nur zum Start. Wie schwarz. Was? Hast du eine gute Position? Nein, ich fang noch mal kurz los. 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 Aber Stress beim Starten. Ja, aber Stress. roll. Ah, ah. Ich wäre gewusst, dass der Kleiner kommt. Jetzt kann ich ausstoppen. Schnell bevor es wieder weg ist. Ja. Ja, schnell weg ist halt nicht mehr. Ich glaube bei Dings, dass es noch schlimmer ist. Wie heißt's? Ich könnte jetzt etwas zusammen spülen, was wir immer spielen. Ich kann schon wissen. Stäh, stäh, stäh. Stäh, stäh. Ja, das war ich. Kassel! Das fällt mir noch mehr an, in meiner Liste. Oh, stopp ich mal, stopp ich mal. Rangy-Boys, in der Hals. Was? Ranged, Junge ist wieder da. Warte. Hä? Was ist das? Ich bin gerade der Beste! Ja, das stimmt. Hä? Hat sie ohne Schuld? Wer sind Sie? Was ist der Weg von mir? Ich renne nicht weg. Warte! Ach doch, keiner. Das ist der erste Schuss auf, halt. Wer nicht? Ja, das ist durchzustehen, durchzustehen, das gibt es nicht total. Ja, aber ich habe... Nein, ich sehe. Da wirst du nie mehr treffen. Was? Da wirst du nie mehr treffen. Das ist auch böse. Das ist wirklich, wirklich böse. Jetzt hättest du sowas antworten müssen, wie wirst du das Engwitsch? Hä? Jetzt hättest du sowas sagen müssen, wie wirst du das Engwitsch? Dario! Du bist gerade die Stirn runtergerannt und ich bin die andere raufgerannt. Du bist an mir neben vorbeigrennt. Nein, aber nein, man möchte dich anschauen. Das ist vorbeigrennt. Ach. Kannst du nicht heilig sein? Ja, auf der Straße. Hehehehe. Huhe, 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 huhe. Wie ist das? Sag einmal. Geht mir noch in meiner Liste. Ja, du gehst mir auch noch in meiner Liste. Fack! Fick dich, fick dich, fick dich, fick, 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 fick. Hehehe. Geht mir Google Plus. Ja, wirklich, ja. Denkst du mir in der Güte? Google Plus ist kein Genuss. Okay, und du, der ist immer nehmste auf Google. Google Plus ist kein Genuss. Das ist aber cool. Das kremer sich so gut. Doch, jetzt gibt es... Einen Kuss. Jetzt hab ich noch ein Lied. Na, kann die auch bitte. Google Plus im Überfluss. Du kriegst gar nichts wegen euch. Was denn? Ich bin gar nicht so. Na, sie ist drücktergöl. Na, sie ist drücktergöl. Hey, das wird für dich ja genauso, oder? Was? Was? Jetzt hab ich mich entscheiden müssen, Lisi. Und ich will es gewürdigt wissen, dass ich auch jetzt getötet habe anstatt dich zu selten. Dankeschön. Ich hab schon 62 Cent durch meine Videoteichnummer. Also bitte. Was ist eigentlich, das hat mich gefallen. Was ist eigentlich, wenn, sag mal, du ist schon viel leid, also was denn, uns alle und deine Eltern, was denn? Wenn du alle aufhören willst, deine Videos zu klicken und auf die Werbung zu gehen. Wenn es immer die selben sind, ob man einen gewissen Grad fällt auf und dann wird es gewählt und dann wird es gesperrt und dann verlierst der Geld. Schaut. Ich will es doch schon getötet werden. Ja, ich weiß es ja. Fahr in your ass. Nein, aber dass der, ja, irgendwie, glaube ich, so ist das, wenn es zu viel, weil es irgendwie so eine Regelmäßigkeit drinnen gibt. Weil nachdem, dass du alles mit Google Plus vernetzt und so weiter, der ganze Schatz, das Problem ist, wenn du druckst und die IP-Adress stimmt zufällig mit der IP-Adress überein, die du meinen Freunden bei Google Plus dabei hab. Ja, alter, kann aber auch Freunde bei Google Plus. Ja, aber es ist, ne, kann auch nicht Google Plus. Ja, aber theoretisch, das ist nur eine Möglichkeit. Ja, ich sag mal, aber so mal jetzt nochmal, wenn... Wenn zum Beispiel der IP-Adress jetzt unter meinen Freunden bei Google Plus und du bist derjenige, der vor oft auf meine Werbung draufdruckt, dann erkennen die das, was du willst. Ja, ich will sagen, das wäre nur ein Beispiel. Oder so, wenn du zum Beispiel jeden Tag wirklich hundertmal draufdruckst. Das fällt ja drauf. Ja. So, weil ich sag mal, wenn ich jedes Video einmal von dir anklicke, ist es ja eigentlich so, dass ich die einfach abonnieren und schau dich an. Ja, genau. Eben, das kann ich ja machen. Theoretisch schon, ja. Weil beim Video fällt ja nicht auf. Ja, zumindest nicht jedes Video, aber so verschieden halt. Wenn du sagst, okay, du schaust alle Battlefield-Videos auch oder so. Ja. Zum Beispiel, ich mach das jetzt mal so, dass ich von den Blutfreunden, von den Leuten so, von SpaceFrogs, wenn ich mal ein Video, ich schau mir jedes Video von dir an. Ja. Ja. Dann klicke ich halt eine Werbung. Ja. Ja, sehr gut. Dann kriegen die Typen halt Geld, ist mir wurscht. Das ist das... Ich mein... Ich häng... Ah, wo dran? Na gut, beim Floris ist mir wurscht, weil der Hund ist ja ein Student. Ja, ist so. Aber... Das bestreiche Typen, die machen das ja hauptberuflich. Ich mein, das musst du mal zusammen machen. Alter. Komm. Das ist doch kein Witz. Hauptberuflich zwei Kanäle auf Südschuh kommen. Ja, gut. Hauptberuflich. Ich mein, das muss ja geilste Beruf sein, ever. Ja, ist so. Ja. Ja, aber das Problem ist, du brauchst wirklich ein Talent dafür. Das ist das Problem. Da kannst du dir einfach sagen, ja, immer was. Das ist ja so. Aber die Typen, die sind einfach grandios. Hey. Aber du musst dir... Also wenn sie es wirklich extra... Also wenn sie es wirklich, wirklich professionell machen. Zum Beispiel wie die... White Titi oder der Kronkh oder so. Ja, okay. Dann kriegst du wirklich ein Geld. Ich sag jetzt nichts von White Titi und Kronkh, weil... Das sind beide jetzt einfach nur solche... ...Fame-Mode... ...Stamm. Danke. Das ist ja nix. Na, aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn YouTube in dem Ausmaß eine Gabel hätte man ... ... ihn zuerst den Beamer nicht ertragen müssen. Das stimmt. Stimmt, das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ja. Das ist ja so. Das ist ja so. Passt nicht. Dieses Mal und dann prima aus der Beamer, wir müssen uns noch nicht. Das war so ein Punkt. Wir müssen nochmal kurz darauf beten. Was war der Weg? Na, wo bin ich? Ja, wo bin ich das? Woh, ist der Liefer? Da ist er wirklich! Das ist ja, ich werde nicht. Was tust du, Michi? Was tue, gell? Schau mal umma! I stuck in the wall, I stuck in the wall Was tue ich mich nicht? Echt? Kannst du mich nur so auf dich? Schau mal umma da! Jetzt kann ich nicht grad Ja, das ist bei wem, das kommt öfters vor, oder? Nein, nur bei mir! Scheiss! 17! Ja, das war mein Glickers verstanden Da ist er! Da ist er! Schiessen, griessen, sage ich mal! C! Also Michi, was tust du? Ja, ich möchte mich nicht mehr verleidigen Jetzt nimm das ernst! Entschuldigung, Michi! Ich will mir noch gerne einen Applaus auf meinen kleinen Finger weil ich tue es nicht Der arme kleiner Klinger! Ja, der kann nicht immer Schiessen trocken Der ist ja dafür! Sollen wir drauf blausen? Und du hast es geschossen? Ja, danke! Das kommt wieder falsch rum! Ja, bist du denn? Was hast du denn für eine? Na ja, nur bei der 92FS Oh ja! Na ja, ich wollte noch gerade tötelehen! Tötele! Nein, für dich! Pssst! Na ja! Pssst! Pssst! Puhrensohn! Ich lege ihn um diesen Wichser Pssst! 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 Pddss! PGANt! PAPP! PGGG! P. P! Nein, keiner mehr. Nein. Hat sich immer wieder ein Zippen getroffen. Nein? Ich geh genauso wie bei einem... Ich kriege aber 5 Minuten pro Haft, kommt jetzt ein Ankleckchen. Das ist ja übersaufen mit deinem Foto. Echt? 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 Nein? Verhoom mir nicht! Aaaaaahhhhhhhhhhhhh Echt? Ganz klar. Der Vertraut ist aber defend durch. Er war this guy. Ich... Ich möchte einem anmerken, ich habe gestern watery cái 10€ disabilities in Tools embraced. Ja weil du dich dömer einigsuppen hast. Wieso? Sieh? Echt? Kennst du das nicht? Das ist die beste Methode ever. Ever. Ja, ich mein, das ist bitte ein Mineral oder so. Kannst du ja 100.000 Euro pro Tag, aber was ist los? Du und sie unten, er hinter mir. Ja, hinter dir. Ah, hinter dir. Nein, bitte nicht. Was, bitte der Blick jetzt? Ehrlich? Nein. Klärt's das bitte, wenn's allein ist, okay? Schön schwarz auf. Hase, bleib stehen! Nein! Was riefst du wirklich? Ja, bleib eh stehen. Ach, ich bin schon schwarz, bist du denn. Das war ein Knobteil. Ich hätte gedacht, scheiße, scheiße, er sieht nicht. Oh mein Gott, er sieht nicht. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Was soll ich denn noch machen? Der Typ hat uns heute darüber erzählt, wie er auf Bühne in Kosovo reingehend ist. Nein! Das gibt's doch nicht! Du bist doch... Scheiße. Hast du mich schon gesehen, oder hast du zuflig geschossen? Ich mische es wenig, aber so. Wenn ich die hinten umhörte, du gleich mit der Waffe eins, ein bisschen anbremsen kann, dann hast du ja schon gekriegt. Ich hab mir gedacht, dass der Wisch in mich locker und dabei. Ein totaler Schottion exited. Ups. 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 Was ist denn jetzt los? Los hier. Mensch, du. Markus. Fuck. Ups. Ups. Du bist schon gekriegt mit, du schießt auf meinen toten Körper drauf, weißt? Ja, das gehört auch. Und jetzt bin ich drüber gegangen. Ha! Ups. 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 Das war kein ohne Bekannten, Lil. Oh, das ist keine Sicherheit. Also, wenn das auf YouTube geschützt ist, Lil, dann weiß ich was. Nein, schütze jetzt auf, Schatz. Bitte. Das habe ich ernst gemacht. Welcher Idiot hat da die Z4 drauf gebildet, die grafischen Fehler haben? Das war ich. Das war total Nummer I. Was? Das war total Nummer I. Hallo! Hallo! Hinter dir. Ja, heute waren wir verstanden. Warte jetzt. Was hat sich gesagt? Die Fenster. Wie glaubst du dein erstes wieder irgendwas tun? Die Arfe, he. Ja, hallo. Ja, grüß dich, Miku. Was ist das? Der Kill war jetzt nicht geschenkt, geil. Ja, warum? Überhaupt nicht. Ich meine, boah. Bin sogar so gestorben. Also mit der Hand auf die D. Mit der Hand auf meinem Herzen. Also. Was ist ein Herz? Ja, ein Herz aus Eis und Stein und... Ein Scheiß. Single Lil. Für die. Nein, das war das Lil. Der Kill ist aber wahrscheinlich gekommen. Ich hab' da noch. Ich hab' da noch ein Lederbein, aber noch. Na, wirklich. Ich hab' da noch ein Lederbein, aber noch. Ich hab' da noch ein Lederbein, aber noch. Zu den Merkstoffen, der kommt leider, wenn man Lederbein da mitgenommen hat. Er hat'n wahrscheinlich wieder gar nichts gefeiert. BAM! So schaut's aus, Michael! Was ist denn? Was ist denn? Ich hab' den Spass gehabt, Ayo? Ich hab' den Spass gehabt, ich hab' den Spass gehabt. Ich hab' die alles probiert, aber da kommt sowas. Ja. Einer, der ist ungearmt, Ayo. Ich hab' den Spass gehabt, Ayo. Ich hab' den Spass gehabt, Ayo. Ich hab' den Spass gehabt, Ayo. Und du. 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 Ich bin nicht am Spurers, der tötet mich. Ich hab' den Spass gehabt, mit dem Neil. Ich weiß, was haben wir zu haben. Äh, Jane. This girl is on fire. This girl is on fire. Achso, jetzt sind wir schon verdammtes Geld. Das hast du gesungen. Ja, das ist... Und das Lille ist bekannt. Das ist ja kein Teil. Ich hab's... Warte, den kannst du ja nur noch emotionaler sein. Nein, du hast nicht. Du wirst wieder aussehen. Wow, 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 wow. Ich sehe dich. Wunderbar ein Traum.